Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémons Maragd. Bevor ich mit dem Typen darüber in Lava gehe ich mal einkaufen und seh mir an, was es gibt. Willkommen, ja toll. Pokémon Lotterie. Äh, mit deinem Preis möchtest du, ja bitte. Zieh ein Lotto schreit, ja nehm ich doch. 4, 4, 3, 5, 5. Jetzt prüfen, ja. Äh, tut mir leid, ja dann eben nicht. Ah, nein, 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 so. Mal sehen, was ist hier so zum Kaufen. Willkommen. Es gibt hier, das Verdränke, nehm ich. Was muss der Standard-Gedänts, du hast Pelle. Ähm, ja, ne, ich hab' nicht. Ähm, sonst so hin wie was, keine Produkte, nö. Nö, 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 nö. Weiter hoch, was ist das du hier? Du hast nur Schwachsinn. Du hast, du hast, teures Zeug. Ja, will ich auch nicht. Ihr habt, PMS, wo? Schutzschild, nein. Bodyguard, nein. Reflektor, nein. Lichtschild, nein. Du hast, was ist sinnvoll, das hoffe ich. Feuersturm. Donner. Blizzards. Hyper, ey, was geht denn hier ab? Das ist gar nicht mal so teuer. Geh mal mit. Blizzards auch. Danke. Ups, hab ich jetzt falsch gekauft. Ja, hab ich, glaube ich, sogar noch Hyperstrahl gekauft, aber ich, ich hab' die Kohle, ja. Ja, ähm, hier ist bloß Müll, was ich nicht will. Ähm, Ballpuster, Kürzesterpuster, Kürzesterpuster, Klangpuster, mehr, aber, ja, ich will mich alles nicht haben. Komm, warum habt ihr da hinten ein Herz, hallo? Ähm, Kissen. Achso, was ist denn Kissen? Frag mir das doch. Was hast du? Puppen. Puppen, Puppen, Puppen. Oh, ich will eine Schlucke Puppe haben. Und eine Wappenpuppe. Einfach, weil ich kann. Ja, was bist du für eine? Wenn ich die Weitwärtsin hier oben aus betrachten, wünsche mir, es gäbe nicht mehr erst einmal, damit ich alle schönen Dinge das Leben genießen könnte. Ja. Delegator. Ist nie, Baba, nein. Was bist du? Oh, ich bin am Verdursten. Aha, verstehe. Du? Haben sie noch nicht, wenn mir erst nicht bekannt gegeben, wann sie den Ausverkauf starten? Nein. So. Tafelwasser, reicht. Jawohl. Noch eins. Ups. Nehme ich noch einen Sprudel mit. Ähm. Und eine Limonade. So, und dann gebe ich dir einen Sprudel. Was? Was? Ich dachte, ich könnte jetzt was geben, aber offensichtlich nichts. So, dann verschwingt mir von hier. Mach'n kurzer Absächer, aber jetzt rede ich mit dem hier. Hey du da, komm bloß nicht in die Nähe der Hölle in der Bucht. Warum nicht? Das geht dich nicht an. Ich bin ein Erwachsener, also Herr Horke. Äh, nein? Außer Attacken, weil er das. Gut zu wissen, dass er hier ist. Will er was dafür haben, wenn er mir was verlernt? er macht das umsonst das ist gut das ist auch so blöd Pokémon sind die Partner der Menschen kein Spielzeug gleichfalls danke das bist du für einer also im Grunde ist es so ein Anzug passt zu mir wie die Brise zum Meer perfekt bei der eine Wehre passt zu was was und war es ein Zehner Prozent aber 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 das hier der Becken Prozent wie die Welt klar war Prozent was bei den Armabend aber ich weiß gar nicht gar nicht wenn hallo Prozent der Lerner gar nichts nun hat ich bin mir doch ab die Osobeleid der Bissende ist vielleicht sehr wohl ja wohl ja 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 aber ich dachte ich hätte etwas tolles aber nix Prozent doch sonst ich hab keinen Platz mehr. Fuck! AP Plus. Ja, meinetwegen. Nochmal für Psychoneser kann man immer gebrauchen. Ganz im Ernst. Topschutz. Was bist du hier? Du bist gar nix. Die Figur sagt nichts dazu, das ist komisch. Was sagt dir? Auch wenn ich bla bla. Ha 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 ha. Und du? Vor 60 Jahren hat mein Mann hier um eine Hand angehalten. Ja, das ist schön für dich. Das ist fast schön für dich. Das interessiert mich auch beinahe ein bisschen. So, aber jetzt gehen wir zu diesen beiden hier. Äh, heh, heh, heh. Heute haben wir noch mehr Beute in unsere Steck gebracht. Ja, bist du denn? Ich, äh, hab mich mit dir selbst gesprochen. Wär schon. Ich bin nur ein Rübel und ich weiß nicht, was unser Boss so vorhat. Aber als Mitglied vom Team Aqua, habe ich nur mit die möglichen Prost Dinge zu tun. Äh, ja, auch mit sich selbst geredet. Das ist recht für dich. Ja, und jetzt nichts mehr. Ja, ja. Du, was willst du? Hey, Walmeer, spring aus dem Wasser. Ey, was willst du? Ich kann mit dir trainieren, Alter. Ich mach dein Walmeer kaputt. Ja, ganz im Ernst, da ist die Bucht. Gut. Ja, ja. Ja. Hier kann ich nicht drüber wegen diesem Walmeer. Okay, dann muss ich hier reingehen. Hab's ja kapiert. Hallo Leute. Und der Boss ist nicht hier. Äh, ja. Wo ist er hin? Ja, keine Ahnung. Wie? Ich kann... Äh? Und der Boss nicht hier. Er ist auf dem Weg nach Kulberg. Na gut, dann kann ich hier nichts tun. Ähm, schade, aber... Meinetwegen. Muss ich eben auf diesen dummen... Nein, auf diesen dummen, dummen Berg gehen? Äh, ja. Ja, muss ich dann wohl. Schade. Äh, lass mich durch da. Lass mich durch da. Ja. Ich bin Arzt. Bitte lassen Sie mich jetzt unbedingt durch. Ich bin zwar kein Arzt, aber lass mich trotzdem durch. Äh, wo komm ich jetzt nochmal? Hier komm ich zu diesem Berg. Äh... Azenzacher, geh weg. Schorn ist immer noch vorne. Martin! Das ist... Oh mein Gott. So, Babu kommt nach vorne. Hier geht's... Ja, einfach einmal um den Berg rumrasen. Das ist immer schön. Mit Eistrat, kleine andere Pokémon. Babu? Warum tötest du es nicht? Doch. Geht der gar nicht. Und Dachalel 5. Wow, toll. Einmal rundherum schwimmen, wie gesagt. Um sicher zu gehen, dass ich nichts verpasse. Ne, passt. Da ist der Berg. Was ist da drüben? Geht irgendwie weiter, Büroberg. Ja, gut, dann gehen wir jetzt da rein. Müssen wir wohl. Aber ich will auf der Karte sehen, wohin wir Richtung Süden gekommen wären. Irgendwohin. Aha. Dann will ich das machen, bitte. Will ich das bitte machen. Weil dann wird es hier nicht mehr viel geben, außer irgendwie... Ja. Ein paar Kämpfen. Die nehme ich dann doch mit. Hihi. Mit dem Mann Vormeo. Ähm, das schläfe ich mal ein. Und du kämpfst und schaufle gegen Smogon. Hihi, das Vormeo sieht komisch aus. Wie? Wie? Wie Smogon wollte Donner einsetzen? Geht noch? Nein, nicht mein Babu vergift. Bist du denn bescheuert? Eistrahl, komm. Darauf und du. Eistrahl darauf. Tag. Tag. Nicht sehr eckig. Als Donner wirst du mich verarschen würden. Äh, komm ich muss es auswechseln. Sonst ist es gleich wieder kaputt. Komm du und du, ähm, machst das hier kaputt. Auf dich triffst du auf. Hatschbombe. Ja, macht ihm gar nichts. Na, Schaufler. Ja, nicht schlecht. Schwersteller. Tut. Komm du, dann Bodycheck. Äh, nein, bitte nicht. Verletzt dich nur selber, dass es nicht tut. Schwersteller. Zack. Und, äh, kezack. Zack. Einmal drauf losprügeln hier. Gut. Was hab ich hier? Nichts mehr. Und da oben. Ein komischer Typ. Der Sonnenböller hat. Ich mag das Typ überhaupt nicht ganz im Ernst. So. Kriegst du das hin? Äh, Wabu, wie sieht's aus? Offenbar nicht. Nein. Du schaffst das leider nichts. Leider, leider nein. So, serv und dann ist es weg. Gut. So, dann hab ich hier wohl. Und auch gespeichert. Ja, das ist ganz toll. Ähm. Wer mitnehmen? Ja. Bitte. Wer mitnehmen? Ja, bitte. Auch diese werden mitnehmen. Ja, bitte. Dann, was tust du hier? Gekliebe Pflanzen-Pokémon. Hast du nur einige Pflanzen-Pokémon? Äh, nicht wirklich. Tut mir leid. Zack. Ja. Und hier auch. Zack. Dann bin ich dann etwa hier, wo ich nicht weitergekommen wäre. Müsste so sein, ja? Ja, nicht darüber. Und es muss sich in das Item abverdammt. Elixier. Ja, es ist zwar nur ein Scheiß-Eitem, aber ich will es doch mitnehmen. Äh, 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 geben. Das ist ja einfach, komm. Einfach damit es weg ist. Nein, was hab ich jetzt gemacht? Nein, was hab ich jetzt gemacht? Ja, ich kämpfe gut. Was bist du denn? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ähm, das sieht komisch aus, ganz im Ernst. Das hat keine Wirkung. Aber gegen dich passt das. Bollyslady, meinetwegen. Us liegt empor. Ja, tu mir das doch. Mach es kaputt. Ja, es ist mir jetzt egal. Du machst mir eh kein... Dann nimm ich ihm jetzt Gift. Leck mich. Leck mich doch einfach. Ja, Alter. Hast du dieses verdammte Schutzschilds? Ganz im Ernst. So, weg mit dir. Ja, jetzt mach das wieder. Auch das. Ach so, ja, gibt's da keine Wirkung. Hab ich ja doch vorhin schon gelernt. Dann halt so, was auch nichts bringt. Mann, wächst doch nicht immer aus. Nervt. Sehr gewaltig. So. Dann nehmen wir eben Urabu. Ja. Um einfach mal nicht Schorler zu nehmen. Sag, geh doch. Vielen Dank. Ja, jetzt komm ich da auch nicht mehr zurück. Schöne Karten. Oh, ich kann nicht bekämpfen. Ja. Die sind auch neu. Immerhin. Immerhin. So. Dann machst du Schaufel auf das hier. Und du vergiftest Pelipper. Das dich natürlich wieder mal schützt. Was total kacke von ihm ist. Ja. Ja. Das hat gefasst. Natürlich ist es paralysiert. Dann kommt noch zum Sohnvieh. Äh, Eisenschweif. Und darauf. Äh. Ja. Dann könntest du weiter Pelipper mit deinem Gift. Ganz einfach. Eins ist gar nicht kaputt. Nein. Ja. Das ist kaputt. Nein. Das sah du. Komm, treib doch einfach an hier. Ich drück jetzt einfach nur noch. Ja. Stiegen wir doch hin. Nochmal Eisenschweif. Und du, äh. Ja. Nochmal Bodyslam. Ein selter Blick ist gut. Hat gar nichts. Und es reicht. Vielen Dank. Oh ja. Oh, noch ein Eis. Metallkraut. Ja. Nehm ich dann doppelt. Du willst auch kämpfen? Äh. Wir zu zweit. Nee. Wata. Puh. Solunior. Ähm. Bitte. Eisenschweif auf Kadavra. Und du versuchst noch das hier zu vergiffen. Vielleicht klappt's ja. Nein. Fakt guten Schaden gemacht. Horabel. Reinfahrt. Ähm. Surfer. Und du. Klammbart. Ja. Darauf kann ich. Ja. Oder auch nicht. Na Cleon. Gleich überlebst du irgendwas. Gut. 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 Ähm. Nochmal Surfer. Und du. Schlafre. Nein. Nicht Schlafre. Was hab ich jetzt gemacht? Also du bist schon weg. Ja. So. Das jetzt. Oh. Meine Güte. Ja. Nochmal Surfer. Fast nicht reicht. Äh. Ja. Der blöder Stein hier. Was soll der Scheiß. Ja komm. Ach sie doch alle. Da. Geht doch. Dann fährt sich für John. Äh. Ja. Ja. Schön. So. Mann. Ich will das doch nur mitnehmen. Das andere lass ich jetzt liegen. Ist mir echt egal. Komm. Ähm. So. So. Das da da. Den Fluch. Den schmeiß ich weg. Komm. Gut. Geh ich das mit? Ja. Und nicht mehr kämpfen. Nein. Hab ich da oben noch ein Item liegen lassen. Oh. Menno. Menno. Fliegen. Bitte. Hier hin. Ah. Kann ich gar nicht. So. Ja. Ich hole mir das Zeug jetzt. Wirklich. Es nervt mich das eines Tages nur. Und ich es dann wirklich liegen lassen. Hätte. Deswegen. Lieber alles mitnehmen was geht. Oh. Können wir flüchten. Bitte. Nein. Natürlich nicht. Doch. Äh. Ne. Hier runter. Nein. Nein. Ah. Ja. Gut. Das dauert jetzt ein bisschen. Und ist nicht gerade spannend. Ich weiß. Tut mir auch leid. Aber. Ich will das Zeugs haben. Ne. Ja. Vielleicht sollte ich auch mal wieder einen Schutz einsetzen oder so. Wäre vielleicht mal wieder langsam Zeit dafür. Ja. Ja. So. Ah. Sonst dauert das ja noch länger. So. Ja. Ja. Ihr seid auch noch da. Okay. Dann. Von mir aus. Oh. Ihr habt komische Füße. Ähm. Du schläfst mal das ein was mir Angst macht. Du Schaufler da rauf. So. Gut. Kommt er mit dir. Hoffentlich schwebt das Füße nicht da. Das wäre ja und gut. Das habe ich jetzt eigentlich gedrift. Verdammt. Ja. Natürlich schwebt das nicht. Scheiße. Ähm. Dann nehmt ein Eisstrahl und du Schaufler auf das hier. Jawoll. Bablu trifft's. Lalalala. So. Bablu trifft schon wieder. Schaufler trifft auch. Komm mal ein Eisstrahl da rauf. Du machst weiter mit Eisenschweif. Können uns gar nicht die zwei. Weshalb auch immer. So. Jetzt wird's dann schon nicht mehr so lustig. Äh. Gesang darauf. Du konzentrierst dich weiter auf den Geist. So. Schlange erstmal schlafen wegen hier. So. Gut. Und nein, schläft nicht mehr. Kacke. Ähm. Eistrahl auf Schuppert. Und auch Eisenschweiß auf Schuppert. Gleich kriegen wir es hin. Ja. Perfekt. Äh. Gut. Eisstrahl und Eisenschweif ist das coole Kombo. Versuchen wir weiter. Giftig. Scheiße. Autsch. Aber. Jawoll. Wir haben's geschafft. Bablu Level 32. Gut. Geh. Killt. So. Jetzt. Hier unten lang. Das Item mitnehmen. Was ich vorher nicht gekriegt habe. Ja. Der Beispiel ist immer noch voll. Weiß ich doch. Ähm. Was tun wir? Was tun wir? Was tun wir? Was tun wir? Weiß ich nicht. Zink verschwenden. Spezialvertreibung erhöhen. Du. Jawoll. Initiativ werden wir erhöhen. Das geben wir. Hier. Du kannst es gebrauchen. Ähm. Hp plus. Hp plus. Nehmen wir dann auch noch mit. Und geben es. Hp für Eichstahl. Sehr schön. Und der ist hier mitgenommen. Dann hier entlang. Dann hier entlang. Dann hier entlang. Hp. Weg mit dir. Äh. Wir haut weiter mit Eichstrahl drauf. Vielleicht bringt's was. Ja. Nicht wirklich. Erstauner vermutlich auch nicht. Na gut. Dann wechseln wir. Wir wechseln aus. Und der Part wird überst lange. Nein. Und coole Sache das. Aber macht nix. Ausnahme. Ja. Dann 33. Knackleon. Machen wir auch mit. Ähm. Ah. Ah komm. Scheißegal. Schluckrecht. Wow. Das macht das kaputt. Ich dachte, ich überlebe das. Und offenbar nicht. Und dann eben nicht. Machen wir die Hand so kaputt. Das wie. Ist dumm. Äh. Ja. Ist trotzdem. Oh. Gigasauger. Was zum verdammten. Scheiße. Ähm. Ähm. Äh. Pablo. Ki. Eichstrahl. Au. Das sagt weh. Ja. Ist auch nicht gut. Schorna. Wieder mal. Ach. Das geht nicht. Lär das doch endlich mal. Schorni. Verdammte Kacke. Donnerblitz. Zack. Was kommt jetzt? Magneton. Ja. Das rocken wir mit Donnerblitz kaputt. Äh. Mit Psychokinesi meine ich. Ist schon aber paralysiert. Das geht mir gerade ziemlich ungut. Merke ich gerade. Beziehungsweise meinem Team. Ist scheiße. So. Auf dich hab wir. Down gekriegt. Jetzt hier rüber. Jetzt hier oben lang. Hier oben ist noch ein Item rüber. Jawoll da. Calcium. Gut. Calcium setzen wir dann gleich noch ein. Ähm. Was? Spezialangriff. Nehmen wir. Schorna. Kaputt. Bitte. Gut. 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 Dann haben wir diesen Weg jetzt auch endlich abgeschlossen. Und wir fliegen wieder dahin. Nach See. Nehgra. Ja. Ich weiß nicht was es heißt. Ist mir auch egal. So. Pokémon kurz geheilt. Und. Gut. Das reicht auch da für diesen Part erstmal. Ich werde sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe ihr bleibt mich beim nächsten Mal wieder. Und es heißt Pokémon Maragd. Und dann äh. Sehen wir uns an was dieser Pyroberg zu bieten hat. Ja. Gut. Also dann. See.